Ein Torberat, der dafür geeignet ist, und ist sehr nett, der Wein ist raus, ne? Dann funktioniert das schon ziemlich gut. Jetzt der Weg vom deutschen Rekordhalter zu dieser Grenze erstmal, das war für alle damals 2,30 Meter diese magische Grenze. Wer schafft als Astor 2,30 Meter, wie kann man das hinkriegen? Die Grenzen sind immer wieder verschieden.